Mann, 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 guck dir diesen Schund mal an. Was für Vollspackos kaufen denn so'n Scheiß? Sie kommen zurecht? Ja, also meine Frau würde gerne wissen, welche Spackos so'n Scheiß hier kaufen. Ja, ähm, was sind das für Idioten? Ah, hier vorne, die Frau Arendt, der kann man so'n Scheiß andrehen. Frau Arendt, kommen Sie mal, die Herrschaften würden Sie gerne kennenlernen. Hallo, was gibt's denn? Hallo, ich hab mich gerade gefragt, was für gehirnamputierte Dumpfpacken sich gegen Geld hier so'n Vollschrutt aufschwatzen lassen. Ach, da haben Sie aber Glück. Ich kauf so'n Dreck. Ich versuche, meine mangelnde Selbstsicherheit und meine fehlende Kreativität damit zu überspielen, indem ich so'n Fünder verschenke. Das hab ich mir schon gedacht, als ich Sie gesehen habe. Mein Freundeskreis setzt sich aus Ü30-Party-Bratzen und AIDA-Kreuzfahrt-Bekanntschaften zusammen und da kommen solche Drecksgeschenke eigentlich immer sehr gut an. Das läuft ein. Also dann. Vielen Dank. Und hoffentlich gehören Sie nie zu unserem Freundeskreis. Solche Geschenke sind wirklich ekelhaft. Brechen Sie mich einfach nie wieder an. Mach ich nicht. Tschüss. Bis nie wieder. Ja, Frau Arendt. Das ist ganz neu reingekommen. Goldsternchen. da.